Und hallo. So, ähm... Tierfilis. Alter, die Gatling muss genau neben mein Gegner stehen, um anzugreifen. Ja gut, die hatten damals keine hohe Reichweite. Literatur... Stallung? Für Vieh auch, okay. Meine Stallung. Politik einführen. Ja, danke! Geil, das brauche ich. Plus 2 Zufriedenheit durch jedes Luxusgut. Und dazu müsste eigentlich auch Silber dazugehören, oder? Ja, ich glaube schon. Ich mache 7, äh... Alter, 7 Zufriedenheit. Das ist gut. Jetzt mache ich 15. Geil. So, läuft. Forschung wählen. Navigation, Metallverarbeitung, Wissenschaftstheorie. Öffentliche... Das mache ich Wissenschaftstheorie. Stadt benötigt ungewiss... Ja, geil. Okay. Lancier. Arsenal. Okay. Rot ist vor. Okay. Ich mache, äh... Navigation. Wegen den Schiffen. Wo? Wo macht das? Keiner für nötige Befehle. Es wird jetzt sehr eng hier. Also... Bauarbeitertechnisch. Alter, ich habe hier... Eisen... Warte mal. Warte mal, noch Spieler. Nee. Warte mal. Ich habe eine Eisenmine erschlossen. Cool. Cool. So, ich mache jetzt... Goldenes Zeit, Alter. Das mit, das mit den, äh... Caspar David Friedrich, okay. Das dauert bei mir gar nicht mehr so ewig, ey. Goldes Zeit, Alter. Boom. 41 Gold. Mal jetzt. Plus. Ah. Vorkommen Ressort, äh... Alter, ich sehe... Ich komme jetzt erst dazu, äh... Hier durchzuklicken. Was ist hier? Hä? Ah ja. Sancho, äh... Religion. Ihr Arschgeigen. So, Einheit modernisieren. Gatling-Kanone. Oh! Hä? Ja, die, die... Armbrust, ne? Ja. Hab ich auch gerade geguckt, aber... Ach. Hätte ich mal, äh, gegucken sollen. Warte mal. Achso, okay. Hm? Achso, ne, alles gut. Dachtrag, was ist das denn? Ach, ich bin aber gar nicht hier geschehen. Die Musik macht mich gerade wahnsinnig. Los, Borgi, immer weiter. Ach, zu geil, Washington gibt es nicht. Nichts. Alles, alles tot. Ja, Washington halt, ne? Ja. Gibt's nur Schinken. So. Oh, nein. Warte, ich kann ja noch mein Schiff hinbewegen, wo ist denn mein Schiff hin? Hä? Schiff hin? Ah, Religion verbreiten? Warte mal. Nach dieser Handlung werden acht Bürger der Religion Konfuzianismus angehören. Ich hoffe, das ist nicht mal deine, wie heißt der Religion. Ich weiß auch gar nicht, warum du keine Religion wählen kannst, ey. Ich warte erstmal, bis ich Religion wählen kann. Das ist ja scheiße. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Was musstest du machen, um das zu können? Irgendwann ploppte das auf und fertig. Okay. Einer hat die... Ja, dann... holt euch einfach mal aus. Nein! Oh, pff. Gut, dass du noch... Ich habe einen großen Propheten jetzt mal eben gebastelt. Ihr habt die Architektur. Vorkommen Rohrkohle. Ihr habt die Industrialisierung entdeckt. Ihr habt die Industrialisierung entdeckt. Fabric und Gatling. Ja. Es beginnt eine goldene Zeit, Alter. Gut. Ah, jetzt kann ich. Ah, cool. Oh nein. Na egal. Oh. Normal in einem Almati manipuliert. Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, weil ich das nicht gemacht habe. Wenn was wurde? In Almati ist die Wahl. Ich habe einen ägyptischen Spion getötet, ey. Wut? Ja, wunderbar. Äh, Almati brennt? Was ist da los? Ach, die... Barbaren. Wo sind die Barbaren? Ach, bei mir. Oh, Mann. Na, was heißt bei mir? Aber da sind sie eben oben. Die meinte ich ja nicht. Die Barbaren greifen Almati die ganze Zeit an. Okay. Was für Hunde-Ficker. Ja. So. Einmal einen Siedler machen, damit ich eine neue Stadt gründen kann. Gott, wo willst du denn eigentlich noch eine Stadt gründen, ne? Da, wo Kohle ist. So. Ja, müsste ich eigentlich auch machen, aber da habe ich nichts anderes hier. Das ist das Problem. Äh. Ja, ich habe hier... Ich habe keine Nahrung hier, da wo Kohle ist. Das ist das Ding. Äh. Habe ich auch fast gar nicht. Da ist ein bisschen Vieh und... Aber ich habe Wald hier. Okay. Wald ist auch gut. Alter, was mache ich denn hier? Aha. Brauche ich noch so ein... Gebäude? Ne. Also noch so eine Einheit brauche ich nicht. Universität. Einheit benötigt Befehle. Da hin. Kühe schlachten. So. Die Karavelle wird mal... geheilt. Da ist fertig. Das heißt, die Stadt ist komplett ausgebaut. Das wird immer schwieriger hier. Na ja. Mal Harry. Ich habe Krabben gefunden. Wo? Hier da, wo mein... ähm, mein... Wie heißt das? Galias ist. Genau da ist. Da drunter sind Krabben. Ach so. Ach was. Was habe ich denn hier so schönes. Nichts anderes. Schiffe, bla. Ne. Es ist ganz schön spärlich hier alles irgendwie. So ein bisschen. Ja. Krabben, mein Junge. Ja mal. Da. Die habe ich jetzt gewassert, alter. Meine Musiker, alter. Die kommt zu dir. Ich sag's dir, alter. Ich werde dich richtig stalken. Oh, warte. Kommen sie einmal quer mit der Fähre an. Ich hab den richtig Titan-Eat, alter. Ja, kannst du dir einmal einen Sia annehmen. Längen lassen. Meine Eisen statt. Und Kohle statt. Eisen und Kohle. Ja, geil. Passt doch. Und Silber. Alter, was ist das denn für eine Stadt? Ich tue meine Religion verbessern an der Zeit. Sia macht 50 Produktionen. Die schlechte. Irgendwas kann ich doch noch bewegen hier. Okay, die kann ich nicht mehr bewegen. Kann ich auch nicht mehr bewegen. Kann ich noch irgendwo ein Schiff noch, äh, unterwegs? Ja, da. Aber das. Kann ich da hinpacken. Dumm, 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 dumm. Die Musik gerade. Ja, ich muss gerade, wie er sagt, meine Religion ein bisschen verbessern. Arschloch. Und hier ist Religionschaos. Glaube ich. Keine Ahnung. Hab eh keine Ahnung von Religion. Hab Religion immer geschwänzt. Tatsächlich. Hab ich nicht. Wir haben die Illus hier überall. Völlig gut verbessert. Völlig gut verbessert. Kack and Rice, Alter. Ich will auch. Harun Al Arashid. Hab ich jetzt überall solche Bauarbeiter jetzt. Also, äh, moderne, ja, moderne Bauarbeiter. Ja. Belgrad wünscht sich Kupfer. Ah, den hab ich leider nicht. Wieso kriegst du so eine Nachricht noch nicht? Ja, wenn die halt, äh, genau nur mich, äh, auswählen. Yeah. Ich lebe und liebe. Ach, die ist da mittendrin irgendwo, glaub ich, irgendwo, ne? Ne, äh, keine Ahnung. Ich mag den Sprecher irgendwie. Der hat ne coole Stimme. Ich kann angreifen. Plus 25% Kultur in allen Städten. Oh, die Amerikaner. Ach ja, mit denen sind wir ja im Krieg. Nein! Er hält zwei Plätze für große Kunstwerke. Oh. Danke. Ich hab ne Triere kaputt gemacht von den Amerikanern. Oh. Naja, wir sind ja eh im Krieg. Ja, deswegen. Wo ist eigentlich die, äh... So, machen wir mal. Also. Hepp, hepp. Er ist mal ne Plantage geworden. Doch gute Hand, lüüüüüüüüd. Ich hab keine Ahnung, wo die, äh... Das Ding, äh, sein soll. Was denn? Die... Die Sixtinische? Ne, das... Manchmal sieht man das einfach nicht, wa? Ne Kapelle. Das könnte vielleicht das Braune da sein, aber... Irgendwas Großes muss das da sein. Hab ich das überhaupt in der Hauptstadt gebaut? Ja, klar. Keine Ahnung. Produktion wählen. Oh, klar, komm. Mach ich da auf jeden Fall, äh, eine... Fabrik. Aber das... Hä? Aber das... Oh, ich bin schon bei nächste Runde, wa? Du Elend. So, aber... Mal gucken. Ich stationiere jetzt eine Baueinheit. Was? Automatisiert alle Aktionen eures Bautrupps. Was? Wat? Äh, ahja, stimmt. Ja, dann... Keine Ahnung. Dann bauen sie wohl das, was so da ist. Gerade so nach Motto, oder so. Oh, geil. Das mach ich mal. Zumindest sind wir bei einigen. Ich hab irgendwie Bock gegen Polen Krieg zu... Obwohl, das darf man als Deutsche eigentlich fast gar nicht sagen. Naja, sie haben sich verkleidet... äh, sie haben sich als erstes angesprochen. Ja, genau. Jetzt ist es fünf nach zwölf, jetzt wird zurückgeschossen. Ja, ich mach. Ich kenn ja wohl nicht einfach so hier, weißt du. Ah, bei mir hab ich leider keine Krabben, ne? Irgendwo Krabben, da oben ist noch Fisch. Alter, eine Spanne kann ich ja noch massiv ausbauen. Ne, keine Krabben, ne. So, nächste Runde. Wie da einfach so ein Wald mitten im Meer ist, ist auch zu anstrengend. Bei den, äh, Arabern, ne. Einheit benötigt die Befehle. Alter, deine Cashexel. Oh nein! Gatling Kanone! Aber das ist Alzerei, äh, äh, Alzerei. Da kann ich ruhig eine Gatling Kanone hinpacken. Was meinst du gerade? Ähm, erstmal deine Cashex-Gewässer da, damit sie auch alles, äh, erforschen können. Hm. Ja, hallo? Achso, jetzt machen die das. Äh. Ah ja, meine, meine, meine Schützen. Was? 85 Gold erhalten. Hallo? Äh. Ich wollte angreifen mit dem. Egal, mach ich das nächste Runde. Aber Jerusalem hat echt Pech, ne, Alter? Tundra, Tundra. Naja, was heißt Pech? Gar nicht schlecht. Geht, auch zwei essen irgendwie das alles. Ja. Polen und Ägypten sind jetzt Freunde. Was? Hä? Alter, die haben mich nur einmal kurz angekratzt. Was ist mit denen los? Bup. Produktion wählen. In Karakom. Ein Tempel? Oh. Nahrung plus eins? Oh cool. Euer Spezialagent Chris Dejan hat einen... Chris Dejan? Der heißt Chris Dean. Also Chris Dean sozusagen. Hat einen siamiesischen Spion in Edinburgh getötet. Der Technologie stehen wurde. Okay. Okay. So ein fieser Mann. Okay, wir haben jetzt alle Wunder in Bau. Mit dem was er gebaut. Tja, FD. 63 Gold mach ich jetzt. Oh. Alter. Jetzt gehts aber los. Was machst du auch mal so wie Gold? Was ist das denn eigentlich? Polen und Gebt? Achso, okay. Okay. Na komm, machen wir auch auf automatisch. Damit ich hier nicht... Ich wusste gar nicht, dass das geht. Naja, dann bauen die die ganze Zeit eben Scheiß. Ich wusste nicht. Hey! Die Missionare sind ein Nizier. Okay. Ich hab die gar nicht gekommen sehen. Du hast aber auch ein Pech da mit deinen Missionaren und so'n Scheiße. Aber echt, ey. Kann auch, kann ich nicht. Ich bin irgendwie froh, dass ich meine Cashick noch nicht weiterentwickeln kann. Wieso bist du darüber froh? Weil die ja doch immer so... Weil die doch immer noch so dabei sind. Achso, ja, gut. Naja. Unfassbar so was war. Boah, geil. Fisch. Und Krabbengelee. Boah, Alter. Jetzt ein Krabbenburger. Jetzt ein schönes Krabbenbrötchen hier, Alter. Boah! Dieser... Hä? Siamesische... Zwillinge, muss ich gerade sagen. Missionare. Wo war das denn? Ach, da! Warte. Ha! Du kommst doch nicht rein. Ich komm gleich in den Hafen von Isia. Hier. Große Moschee, oha. Hä? Caesar hat eine große Moschee gebaut. Alter! Die scheiß... Hast du die eigentlich gebaut? Die scheiß Missionare! So. Alter! Sia hat... Sia hat... Sia hat eine neue Religion angenommen. Fick dich! Buddhismus, Alter. Nein! Er ist durchgekommen. So läuft das hier. So läuft das hier. Alter! Ich hau die weg. Ganz ehrlich. Nee, kann ich nicht machen. Scheiße. Das wäre zu übel, Alter. Ja, für dich gerade, weil... Die sind ja gerade direkt bei mir da. So, großes Werk erschaffen. Ein Bildchen. Hä? Äh? Wobei, was? Große Moschee... Okay. So, was ist das? Die Erschießung der... Aufständen... Die Erschießung der Aufständischen... Ah. Alter! What the fuck? Voll brutal, das Bild. So, ich hab ein Bild gemacht. Ha! Franz... 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 Ich hab auch gerade eins, aber das kam von alleine. Gut, Fabrik wird mir empfohlen. Mach ich Fabrik. Fabrik wird mir empfohlen. Mach ich Fabrik. Mach ich Fabrik, Junge. Fabrik wird mir hier nicht so richtig empfohlen empfohlen. Oh, Eisen... Oh, Eisen... Schmiede. Eisenschmiede. So... Ich hätte gerne jetzt eine neue Stadt. in drei Runden. In drei Runden. Mein Pobeschiff, ich blockiere deinen Hafen von Isir. Und gleich kommen die verkackten Missionare und kacken mein Schiff an, weißt das eigentlich? Okay. Ja. Da würde ich aber lachen. Und weinen zugleich. Oh... Tiflis braucht... Tiflis braucht... Tiflis braucht äh... Ich schwimme nach Bash Balik. Boah, nächste Runde. Das ist auch die letzte Runde jetzt denn. Okay... Caravane, Caravane... karavane 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 1790 nach christus sind wir in der handelsposten da und wenn ihr meint ich komplett alles gerade neu laden muss nur was ist jetzt passiert war ich doch eben gerade geht das jetzt im kreis ich glaube ich habe irgendwie fehler im spiel ich muss die ganze zeit nachladen aber dauerhaft okay ich kann komplett einmal rum und muss dann wieder alles neu laden ah ja die zusammenkunft ich höre die erschießung welches level hat deine hauptstadt äh 16 alter 27 was ja gut ich habe auch wenig ernahrung hier nächste runde auf 28 waren es müsste jetzt eigentlich auch schon recht recht schneller gehen deutlich schneller gehen mit der erweiterung oder naja deutlich nicht aber ein bisschen so hier einmal dahin hier einmal dahin kann ich noch irgendwas machen ja ihr könnt mal da so aber auch kommen die schon wieder mit ey ne fick dich ich muss die plätten nein lass die in ruhe alter ist doch kacke egal da haben sie halt eine religion ist doch nicht schlimm ich will aber kein bodhismus oder sonstigen scheiß hier haben es macht aber keinen unterschied ob du einen blau oder sonst was hast ich will beide eine religion das einzige was das was das problem ist dass ich dann im krieg mit dem bin und das ist halt nicht so witzig das ist der einzige und überall handels posten warum schon was ist hier mit ja ja ist ja gut ich weiß gar nicht was du so lange da machen kannst alter ich habe viel mehr einheiten wie du ich habe aber viel mehr bautrucks als du alter wie viel hast du ein gegner in der nähe amerikaner ja das sind die scheiß scheiß jameso kann politik einführen produktion wählen fabrik produktion wählen 75 gold mache ich jetzt alter was ist hier los alter ein amerikanischer spion hat es geschafft mir wie heißt das ähm technologie zu klauen aus eddingberg verstehe ich nicht alter diese jamesen habe ich getötet den ägypten habe ich getötet aber den amerikanern die noch irgendwo im wald wohnen weißt du die schaffen dass er denn er entspricht zufriedenheit plus 2 alles mache ich mal produktion fabrik einheit benötigen befehl mario war ihm artisch ich habe keinen bock mehr darauf ich bewege ich mal dahin scheiße weiter ich muss das hier echt dauerhaft nachladen ist ja komische so wo wird mein tatschmahai eigentlich gebaut gesundheit danke ähm ja man sieht das einfach nicht immer ne das tatschmahai also ach da hat er das gebaut so wo wird da der big ben gebaut ähm eigentlich müsste man das doch irgendwo sehen naja so ich glaube ich bin scheiß agerbar oh barbanlagerbett süß was machst du eigentlich immer was ich fahr ein bisschen rum hier ich krieg mal so ich krieg mal so alter was hast du zu mir verarschen alter du hast ja sofort klick 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 gemacht ach ja jetzt wo ich meine ganzen arbeitteile lieber auf arm automatisch mache geht das ein bisschen besser naja wo geh ich dann mit den spätkämpfern nach die tue ich mal heilen achso heilen 1105 alter wie du das machst oh eine einheit vergessen oh nächste einheit uah wacker äh weißt du ein paar bahnlagern alter nein ausgerechnet da ja achso waaaa seid ihr denn bekloppt was denn mein bautrupp ist automatisch dahin gelaufen äh ja das ist immer gut das ist immer gut produktion wählen mhm ok also wenn du den trupp da nicht gleich wegnimmst dann ist der weg er ist welcher trupp äh nein alter ich hab doch schon ein goldenes zeitalter achte mal dein bautrupp der genau beim barbadendorf ist halt ja ja aber ich hab da einen äh ich hab da ja cashrick direkt dahin geschickt nikolaus kopernikus oh du hast ja nikolaus entdeckt ach was technologie entdecken oh nee den mach ich gleich alter weil ich bin in zwei runden fertig mit wissenschaftstheorie und wenn ich den opfer dann krieg ich ne technologie ich mach jetzt alle meine bauarbeit auf automatisch und dann bauen die bei dir automatisch die ganze kacke handelsweg plündern ja was war das denn was war das was ich habe geplündert ne ne ich hab äh also hier ne so ein das hat sich angehört so ein knutscher gemacht alter hör doch auf ey schreckliche oh na was mach ich ist das eine nahkampfeinheit alter wieso sind die jetzt alle hä äh ähm ähm mongolei ist jetzt mit almati verbündet das heißt almati hat ramka in den krieg erklärt und washington den krieg erklärt ok oh dann tatsch mahal leih you touch mahalalai hehehe madralalalilai ramka wer ist das was ist das denn das ist ist das ne arabien ach das sind die diamesen und usa ach wegen weil wegen weil wir mit denen im Krieg sind. Ja, ja. Stimmt. Oh, das ist ja gemein. Jetzt bin ich für... Oh, geil. Oh, das ist mein Trager, da. Ring, ding, 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 dong. Okay. Ja, das mache ich. Gibt es da was zum Plündern? Nee, gibt es nicht. Einheit benötigte Fehlner. Was? Alter, ich kann mit meinem scheiß Galleasse da nicht durch, weil die Arab-Johnnies hier, wie heißt das, ein Stück von... Was? Guck mal, das ist ja fies, ich komme da nicht durch mit meiner Galleasse da. Ach, da haben die das jetzt, ähm, okay. Ja, dann haben die, dann haben die ja auch jetzt das, ähm, vorher konnte man doch noch durch. Ja. Ach, weil das auch eine neue Stadt ist. Äh. Ja, die Stadt ist schon, die ist schon länger da. Nee, die ist auf drei... Doch, doch, die ist schon ein bisschen länger da. Ja, ein bisschen länger, aber, ähm, ja, ja, aber, ähm, als ich das letzte Mal da war, war die noch nicht da, die Stadt. Nee, so, nächste Runde, mein Junge. Einen Moment. Eine Einheit muss ich noch. Bum. Bum. Schrecklich, Alter, das Spielsucht macht so süchtig, Alter, vergisst man glatt zu masturbieren, weil man keine Zeit mehr hatte. 20 Minuten wurden jetzt schon 33 Minuten. Was? Manislava will, dass Mombasa schikaniert wird. Okay. Euer Einfluss ist aber so tief gesunken, dass ihr bald nicht mehr verbündet seid. Warte, willst du mich verarschen? Äh, warte, warte, was? Ja, ich pimmel die hier rum, weißt du, und dann? Produktion wählen. Einen Hafen könnte ich ja mal bauen. Mir wird gar nichts mehr empfohlen. Außer eine Karabelle, eine Gelasse und ein Arbeitsboot. Jo, Arbeitsgruppe kann ich mal bauen. Dauert nur eine Runde. Läuft, zack. Loll. Was war das denn gerade? So, Stadt gründen. Kazan. Kauft Kazan. Nicht. Hör mich bitte. Geländefeld kaufen, bitte. Ich will Kohle haben. Nee, lieber Bahn, tu mich da gleich angreifen, wo dir halt gar leere. Alter, das sind meine Einheiten. Gib mir meine Einheiten wieder. Gib mir meinen Bautrupp wieder. Ey. Echt mal. Ich brauch das Zeug. Namens Einheiten. Äh, Namens Bautrupp. Hä? Willst du mich verarschen? Was denn? Ähm. Oh, ich habe einen Hubschrauberlandeplatz. In meiner Hauptstadt. Geil. Ähm. Alter, willst du mich verarschen? Wo hast du denn da? Fabrik? Ja, Fabrik. Ähm. Die haben. Also meine, meine. Was haben die da hingebaut? Einen Handelsposten? Wo? Wer? Was bauen die da? Einen Handelsposten? Siehst du, deswegen mache ich mich auf Automatik, gell? Was bauen die da? Handelsposten? Fickt euch! Die haben unter meinen Einreitern in der Hauptstadt die Basis unter dem Arsch weggerissen. Okay. Läuft. Oh, Alter. Ich mache das nie wieder. Nie wieder. Die machen mir ja alles mal kaputt hier. Was bauen die da? Handelsposten. Gut, das können sie bauen. Trotzdem Automatisierung stoppen. Jetzt muss ich all meine... Wetten, dass sie da auch noch Handelsposten bauen? Ja. Fickt euch! Oh komm, wie weit bist du? Noch eine Runde brauche ich. Dann kann ich... In der Akademie... Ach ne, gut. Entschuldigung, äh... So, ich bin jetzt in der nächsten Runde. Ich würde auch gerne. Die Wissenschaftstheorie ist gleich zu Ende. Dann kann ich irgendwie wohl eine neue machen, deswegen. Gut, dass ich das entdeckt habe, weil das ist ja scheiße. Ach, Produktion wählen. Monument? Achso. Nee, halt, stopp. Nicht Monument. Du brauchst auf jeden Fall erstmal... Ein Markt. Alter, ich habe schon andere Städte, die größer sind als deine Hauptstädte. Lass mich doch. Aber ich verstehe das immer noch nicht mit dem Gold, weißt du, solche. Ich auch nicht. 61 mach ich jetzt nur noch. Nein, ich meine mit dem Gold, dass wir es halt hier... Achso, ja. Ja, auf jeden Fall. Dass man vielleicht bei den Amerikanern da. Ja, wer weiß denn. Höh! Loi, Alter, was ist das denn für ein kleines Dörfchen? Guck dir das mal. Ist das eine Insel? Ja! Loi, ist da ein Barbarendorf drauf, ey? Bop! Äh... Okay. Da ist sogar ein, äh... Oh, cool. Perlen! Das sind Perlen. Was, wo? Genau vor deinen Schiffen, die du gerade gewassert hast. Ach, da! Das sind Perlen, okay. Cool. So, kann ich in die nächste Runde? Hm, ja. Oh, ja. Kann ich. Okay. Die Stadt wird religiös. Lass mich raten. Wieso kriegst du eigentlich Nachrichten, Alter? Wo... So, mal gucken, ob ich das jetzt mit dem echt machen kann. Mal mal Technologie entdecken. Ob hat die Großbesitz, damit diese automatisch eine Technologie entdeckt. So, mal gucken. Ähm... Brauche ich ja einen Hafen. Verarsch, steh mich. Nichts passiert. Na toll. Also, vier Runden. Alter, jetzt mache ich auf einmal 19, äh, äh, Zufriedenheit. Okay, was ist das? Geht ruckzuck. Was ist das? Georg Friedrich Händel. Okay. Ja. Du kannst das nicht verhandeln. Ab in die Hauptstadt mit dir, weil da hast du auf jeden Fall einen Platz. Dein Platz ist in der Hauptstadt, Bursche. Scheiße, ich komme hier gar nicht weiter, warum? Ne, schade. Ich komme mit meinen Rittern nicht weiter. Ja. Ich wollte da mal rum abchecken, weißt du? Warum da? Ja. Oh. Okay. Äh. Eine Runde noch, dann ist Navigation fertig. Bauen wir mal kurz. Das sind meine Truppen. Nur noch ein paar Runden, dann komme ich nach Tänken. Täbris, um, wie heißt das hier, ähm, Musik zu spielen. Täbris? Ja. Täbris ist doch deine Stadt, ja. Okay, ist am nächsten. Da oben sind ja schon meine Musiker. Wieso Täbris? Warum nicht? Wo soll ich denn sonst spielen? In Karakon, oder was? Ich dachte nur, wo ist das in Sia? Oder hast du die ja schon gemacht? Da bist du doch an Land gegangen. Hä? Nein. Das war meine, ähm, ähm, äh, Schießschiff. Das war's nicht. Ach so. Ach, ich muss aber speichern. Jetzt absolut verärmt. Egal, was du machst, hör auf. Warte, 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 warte. Lass mich wenigstens hier noch das Chaos ein bisschen bebereitigen. Hier wollten die... Ja. Da kommt ein Bauernhof hin. Keine, keine Belödingung. Hier wollten sie... Ja. Da kommt eine Mine wieder hin. Unfassbar, ey. Zerstören die hier mal alles. Ach, die bauen überall? Auch wenn da schon was ist? Ja. Das ist, das ist echt scheiße. Und zwar wirklich nur, ähm, ähm, hier, ähm, Dingsposten. Karavelle? Hä? Ach so. Hä? Was? Ach so. Und zwar eine Karavelle, ja. Und, 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 und. Hallo? So, mal gleich speichern jetzt. Ich bin echt müde. Ja, gut. So. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Volke. Tschüss. Tschüss.